Halle zu kommen zuerst im Rhein-Mussi-Titzen Alex Arianna und Wollschlut ein Mädchen Hi! Ich hab' mir extra und ich hab' du auch ein Gruppesmarkt Ja ich war noch kurz pinkeln, hier hört ja auch nicht zu, oder? Ja, das ist mir sehr interessiert, aber nicht, dass du pingelst, aber es ist schön, dass du bescheid lachst, aber... Ja Da war'n halt gut, ne? Scheiße, da käme wie das... Ja, ich hab' was mal geht es ist und geschickt durch und durch durch die Strecke er hat er leider Prozent der Fee geht aber auch gleich wieder am Markt ich bin auch untergeflogen wo macht ihr alles kaputt in die Welt war doch was mit der Welt und macht ihr alle Sachen kaputt ich bin fast wieder nicht noch ein Wettbewerb ich habe alles aufgewacht bei mir nur sich gut hier auf Teil des Neufels Okay, Twitch. Oh man, Alter. Warum macht ihr denn alle Löcher auf? Weil wir gute Löcher öffnen. Sagen wir mal so, es ist doch eine Kunst, ein Loch zu öffnen, oder? Man hört ja, wenn er da durchläuft. Ja. Hä? Wart nicht. Ach, die Seite war das? Wo sind denn die? Auf dem Dach hier, Herr Link. Das ist euch! Ja, auf dem Dach ist einer. Mal schauen. Kamera-Aspekt tätigen. Da? Ich höre noch, ich sehe es aber nicht. Einer oben auf dem Dach, der andere auf dem kleinen Dach. Okay. Okay, die Map kenne ich dich auf. Ah! Ich kenne das genau über euch denn. Punkt 4. Punkt 5. Punkt 5. Barthorpe schossen die historie bei mir umgebeten das oben um doch er wäre erscheinen dass ich hab ich sie in der Hand zurück aufschmeißen aber in meinen Wüste Orkhobe hat er nicht die hatte ich auch gesehen gell Warte einfach bis reingeht, nimm deine Sprechschotty und warte einfach bis reingeht. Da haben wir so ein Kleider oben. Boah. Aber wie hart, bevor ich Oli weggekriegt habe, ne? Oli hat sich wirklich... ...fach mal kurz dumm angestellt. Ist ja auch Oli. Aber wenn er das hört, dann bringt sich um. Warum? Er wollte Bayern. Ähm, mach mal eine Schilder. Was? Die wollen auch gewinnen oder nicht? Wenn ich mal kriege, dann muss ich die ganze Runde. Gut, dass du das auch selbst sagst. Jetzt bin ich mit euch. Schon um fünf Leute. Ach Gott, wir nehmen schon seit drei Stunden auf, ne? Ich hab gleich noch den nächsten Termin. Ich muss ja noch weiter aufgehen. Ich auch. Ich hab noch heute noch drei Termine. Die ganzen Fälle nicht an den Termin jetzt, ne, jetzt vorbei, oder? Deine Dienste kommt mit ausgerucht. Ja, 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 ja. Loll, Leute. Ich bin auf diesem Bauplan, wo die Kampel heute auf dem Tisch sind, ne? Und dann auch, ne? Oli sieht mich nicht heiter. Ja, Oli, da hat die kleine Sau. Ja, ich liege hier unten, die kann nicht drüber von den Eifer. Und Oli sieht mich nicht heiter. Und Oli sieht mich nicht heiter. Weil wieder mehr Meister durchschießt, ne? Tritt mich nicht. Dawei, dawei. Ah, das ist so ein Oli, Alter. Ich wurde gespottet, ja. Ich wurde gespottet, ja. Ich wurde gespottet, ja. Ich wurde gespottet, ja. Wo hier eine Scheißkamera? Ah, hier, wo hier Kamera hat sie dann. Ja, weil wir uns markieren, halt. Ja, weil wir uns markieren, halt. Äh, kann das sein, dass wir das Visier ausgeschalten haben? Mal so ne Frage an euch. Hey, wieso? Ich werde schon wieder markiert, Alter. Marc? Was? Haben wir das Visier ausgeschalten? Ich hab irgendwie kein Visier. Ich hab irgendwie nur einen Punkt. Ja, ich auch. Ja. Lights out. Alter, wo bin ich jetzt markiert? Nein, fuck! Ah! Oh! 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 Alex, ich folge! Es war weiß! Es war weiß! Ich hab einfach so random geschossen und hab ihn gekillt! Nein! Bei mir ist Sam. Da ist Sam. Nein, Ike. Oh! Ey! Ich hab einfach... losgeschossen! Ich hab wieder getroffen! Ja, Leon, hast die falsche Seite angeschaut! Haha! Oh! Go in my mind! Tja, ich hab was mal Vanim so reingespräht, ey! Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Da freut er sich, gell? Ach, der auch. Ich hab auch kein Mittellinie, seh ich mal. Äh, ja. Also kein Mitt. Man kann ja auch auf Hardcore stellen, aber ich meine... Ich muss nicht übertreiben. Ich muss nicht übertreiben. Einmal so... Es geht einfach mal rein gesprägt, hab mich getroffen. Rainforce! Weil ich hab eine Drohne erwischt, nur. Perfekt. So, Leute, die Runde beginnt. Das ist wie ein, haha, Kameraspotting, Punkt, Punkt, da, Punkt, da! Ja, und wo sind die? Ja. Fallen das Anzeigen, der Punkt ist auch ausgescheiden, ne? Wahrscheinlich, ja. Ne, wir haben heute noch mit. Bin ich auch erst drauf. Ah, scheiße! Was ist die denn? Leon, Leon, der hat so eine Reaktion, Alter, das ist... Alle tot, oder was? Ne, macht man nicht. Wir sind Leon. Gib mal Tipp. Ich hab' mal ne Säule eigentlich. Ich komm' wieder rein. Das ist ne... Das ist ne gute Beschreibung. Ach du, sie kam' noch von dir, Marc? Oh! Da stand der ja! Tak. Da stand ja, Oli. Ach du Scheiße. Er steht jetzt in der Ecke. Steht da, genau da an der Ecke steht da. Ja, lol! Da war's darin, der Typ, ja, da war's darin, da war's darin! Ich hobbel gleich, ja, ich kap, 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 kap. Oh, mein Mann! Oh, mein Mann! Nein! Also, man kann eigentlich nur gewinnen, wenn man russisch die meiste Reaktion hat. Ja, wir haben da irgendwie einen Kollegen verloren, ne? Ja. Flur ist raus! Dann spielen wir zu dritt weiter. Flur ist weg! Ist nicht mehr da. Und sie ist da, ist weg! Flur ist gestorben, ahhh! Und da ist er komplett. Flur ist gestorben, du auch gleich. Ah, Spaß. So. Ich müsste mal meine Handy, mein, 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 mein Urladen. Wir werden mir auch die Schätze gewinnen, so oder so. Was, wenn wir die Eichkeit am Aufholen und gewinnen? Wäre cool. Ja, das wäre wohl krass. Ja, hätten wir Skill als Unwahrscheinlich deswegen. Mal schauen. Ach so, kap. Dauern, man mal. Schaffen das, wie wir, wer passen das? Wir müssen uns anpassen. Ja, auf jeden Fall. Mach deine, wie viele Folgen? Wäre es eingeschaut in Zusammenarbeit? Beste was eigentlich? Das kann ich dir gleich sagen. Kost. Wir sind bei einem Ausgleich der Spieler und ich hab mich getroffen. Du schaffst nur die Drohne. Geil. Da war er dabei! Ihr müsst rascheln, ihr müsst rascheln. Einer der im Fenstensformat hat mich wahrscheinlich gesehen. Ich könnte ja auch mal kommen, oder? Nö. Brauchen wir nicht. Also einer! Hilfe! Ja, du hast gerade eingesprungen. Der ist da, wo ich war. Kannst rein. Glaub ich, was tut. Der ist hinten, glaub ich. Glaub ich. Hm, okay, da ist noch nichts. Ich glaub, die können rein. Da war einer. Ja, der. Alter, der guckt sich nur kurz an, der ist tot, ne? Ja, das ist echt. Vor allem genau mit der Pistole. Also noch Direktionszeiten, ne? Ja! 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 Ich war ja noch dabei, ne? Ja! 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 Oh ja. Ich wusste sie. Okay, danke. Waaah. Wir sind gut. Du mein Brrrr? Brrrr? Brr? Brrrr? Brrrrrr? Alex, wie пока bist du denn aktuell schon zuhause? Auf deinem eigenen. Was meinst du jetzt, hä? Mal bitte, Feuer? Du hast doch grad gesagt, dass du in irgendeinem anderen Clan noch bist. War ein Scherzvollen. So'n guten Clan wie hier gibt's auch gar nicht. Ist so. Danke. Ist wirklich so. Oh, aktuell wird deutlich mehr los, als hier. Als, als, als ob die Leute auf dem TS sind. Also ich hab... Wir haben schon drüber nachgedacht, den TeamSpeak-Slot technisch zu erhöhen. Kommt einfach auf den, ihr habt 35 Leute auf dem TS. Ich hab den Kack-TS. Du bist ja auch Techniker, ja? Also ich will nicht auf dem TS, ich will mein eigener Testball. Warum nicht auf den TS? Hilf's auch atmen. Ich kann das einmal sagen, dass du das auch dich mitbrunnen spielen wollen. Wenn die auf den TS wechseln würden, wirst du auch abbekommen, ne? Äh, bei euch nicht. Und dir wird Geld sparen jeden Monat, ne? Ja, ja. They will attempt to locate during the assault. Halt! Was? Halt! 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 Stopp! Stehen geblieben. Hier hab ich noch dran. Okay. Er stand krass, ja. Kann doch mal einer hier bitte die Tüze machen. Könnt ihr aber gucken. Halt! 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 Also die Tüze. Der ist da am Fenster. Halt! 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 Der ist da am Fenster . ac cent reddent. um es kann er greifen das ist ein Auge das ist irgendwo woanders der ist oben reingegangen wir warten einfach hier ja egal wo er reinkommt einfach reinlassen er kommt da ich muss einmal in die Leiche sehen was passiert erst bin tot ich er hat sie an Weg mit dem. Weg, wegblasen. Was nehme ich? Einer war weder am besten. Ja. Gut. Nein, aber weder am besten. Wir wollen jetzt noch eine Runde gewinnen, ne? Das sind wir legendär, ja? Wir haben sogar zu dritt gegen die beiden gewonnen, ne? Ja. Naja, und Flo mit, hat er dann noch in der ersten Runde mitgemacht. Die erste? Das sind zwei für uns, also ganz schlecht. Sind wir scheinbar? Ja, haben wir immerhin nicht. Da ich finde, man muss eher bei Leon und bei Oli eher so schrublinde spielen als Verteidigung. Ja. Wurde einfach gar nicht spielt, das geht auch. Eh, meine... Wer hat halt wahnsinnig gute Reaktionszeit, obwohl der Ast halt ja bestand ist. Ja, der ist nun minus nichts ist der Wach. Na, du musst da rein. Na du, du leidest, ne? Na, du... Na, du bist du... Na, Du... Na, du bist... Na, bei Ublé, du bist... Bei Ublé, ne? Na, bei Ublé, ne? Na, bei Ublé... Ich habe ja nur Rainbow-Spieler, ne? Weil jetzt eines Spiels, was ich bei Uplay hab... Also, weil ich halt schon mal Spiele so sagen, so jetzt, ne? Alten mit Freunden. Ich hab das gerne Freunde, deswegen... Nee, ich hab auch 15 Leute, weil ich nicht so viel brauche. Weil ich nur mit denen Zorger, die ich auch halt nicht hab. Ja, bin spottet. Ja, bin ja auch geil, wir haben Englisch. Komm. Ach, hallo. Du, erruft euch. Jetzt zeig mal, dass ihr Rainbow könnt. Da sind keine Fußspuren drin. Du musst spuren? Also sind die irgendwo unterwegs? Kommt mal rein, kommt mal rein. C4. Oh, Leon ist gerade echt schlecht. Kommt mal, der ist gerade eingepennt bestimmt. Was machen wir hier hin? Ich will nicht auf Leon das mit Abzuschmuck. Nee, nee. Doch. Ich glaub, der wurde gerade Streit. Ich ziehe nochmal, ne? Und ich glaube, oben. Ich bin rot. No, und. Hä, so fehlt mich das! Ha, 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 ha. Kommt mal rein. Ha, 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 wir haben ihn. Ha, 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 wir haben ihn, ha, ha, wir sind gut, Alter. Wenn ihr da läuft, ich stehe da so... Dann hört man ihn springt. Ha, 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 ha. Ne, 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 sch, 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 sch. Von dir sieht das nicht, ja, auch noch. Also, ist das so schlecht. Lol, habe ich gerade ab? Ich habe gerade erst auf alte 4 gedrückt, oder? Nein, du. Ich habe gerade auf alte 4 gedrückt, Scheiße. aber du bist so entscheidend weil er in ihren Weg ist wie es geht hier das war's mit der geilen Folge mich damit zu schauen es euch gefallen hat natürlich schön wir sehen uns nächste Folge wieder bis dann da wo es mir ist also reichte gut Runde es sei gezieht sich einmal absichtlich Omo gibt mir dann